Hä? Hä? Wie? Was? Muss ich rechtsklick drücken? Was? Was? Was meinst du denn damit da schießt? Los? Ja ich zieh... Hä? Ich lass los und dann... Der ist... Der ist durch das Scheißteil hier durchgeflogen. Ich mein... Ich mein, wenn das Teil fertig ist... Nein! 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 Nicht das! Ja! Hä? Ich mein, der Pfeil ist durch die Markierung durchgeflogen. Was stimmt mit dem Spiel nicht? Epikland 거의 90 Bei Epiklande cit L evil 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 evilOR Tof, ne? Daran hab ich auch nicht gedacht, dass ich rausgeflogen bin. Ich hasse dieses Spiel. Junge, ich bleib jetzt immer im Haus. Lass mal immer so ein Haus in der Nähe haben, ey. Immer so ein kleines Haus bauen, ey. Wenn wir weggehen. Wie meinst du jetzt doch näher am... Hä, wie meinst du? Das war Spaß. Ich mein jetzt, immer wenn wir weggehen, ganz schnell speichern. Dann wieder weitergehen, ganz schnell speichern. Ja, mach doch. Ivan hat jetzt die ganzen Pflanzen da genommen, die da gepflanzt wurden. Ivan, du bist auch nicht rausgeflogen, ne Ivan? Sei so jung, ja. Hast du teuer gemacht, die? Seh'n ganz stolz auf dich. Naja, schon. Mein letztes Speicherpunkt hatte ich so Gott sei Dank noch davon anwurscht. Flugzeug gemacht, deswegen haben wir jetzt auch einen Flugzeugensspeicherpunkt. Darum hab ich mich gekümmert. Ja, tut mir leid. Muss die Leiter schon sein. Aber kann man nicht so machen. Ich bin jetzt von festgebackt, hallo. Sag mal, Ivan, bitte. Bist du gerade am Flugzeug gespawnt? Ich hab mir die Flas- Ja. Okay. Bist du hier wieder drüben? Ich hab keine Ausdauer mehr, deswegen. Hä? Muss ich jetzt neu reinmachen, Ivan? Einsam reicht, ne? Ja, ist auch gar nicht vielleicht. Okay, dann hört auf, mir wegzunehmen hier. Ich hab mir extra so eine Plantage angebaut. Ihr könnt euch auch eine bauen. Ich kann euch eine bauen, wenn ihr wollt. Aber nicht weg, ne? Das kann ich gar nicht noch. Dum, 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 dum. Poudi, Poudi, Poudi. Wieder so ein Ohrwurm wegen der letzten Feuerwehr. Dum, 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 dum. Boah, ich hatte beinahe noch ein wenig gekocht. Irgendwie bauen wir doch dein scheiß Teil hier zu Ende, was du aufbauen wolltest. Ja, ich flieg raus, ich störe... Ah ne, ich wollte eigentlich nur da hinten... Ich hab den Shelter gesehen, bin da hinten ge... Nein, wieso war ich kein Flugzeug? Ich kann essen, bis gleich... Du kannst essen... Alter! Ich sehe da so tausend Bären, ne? Ich drück so, eh, 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 ne? Der macht so... Und in Folge ... Ich kann wieder die Baires Öffnen... Da hat auf einmal eine Sekunde lang die falschen Bären gegessen, ne, aber mir eher noch ein... Boi ... Begeben leich Wo geht das denn... searching? Kacken CTR Achso. Ich dachte, ich Oder würde... Gib-ib-ibogomum... zero Sind aus AA Hä, wieso? Hallo? Sind da Bäume, die du nicht aufnehmen kannst? Ja, wieso? Ich kann die auch nicht. Oh, ich kann die aufnehmen. Hä, ich... Du hast hier... Jetzt hab ich einen. Jetzt hab ich einen. Komm, boah, das war das. Und dann boah da so ein Dings rein. Das ist mal... Guck mal nach oben, das ist unrealistisch. Hä, ich kann die nicht aufnehmen. Guck dir mal die Realistik an. Guck dir... Ich weiß, dass zuerst werden die Stöcke platziert und danach die Baumstämme. Verstehst du? Die sind irgendwie festgepackt, weil der eine im anderen ist... Guck mal, wir haben hier ein richtiges X, das X-Pakir-Sie stelle. Da ist noch einer, den ich nicht aufnehmen kann nun mal. Dr. David. Liebe Grüße an Dr. David. Ich kann dir nicht gern bleiben. Die verschickt hier auch. Luki. Kann ich auch mal ausprobieren. Boah, war das knapp, Alter. Ich hab ein HP. Jetzt so viel zu zielen. Ich muss unbedingt essen. Das Problem, ne? Hatte ich einmal. Ich war vorm Verrecken, ne? Mach mir was zu essen und renn dabei dann ins Lager. Alter, das war so scheiße. Hä? Was? Du siehst wieder aus wie so'n, wie so'n HS4-Empfänger auf Urlaubsreise. Hörst du das? Warte. Ne, du musst das ausmachen, sonst hörst du da irgendwas doppelt oder so. Ich hab das aus, deswegen hör ich nichts doppelt. Das ist voll lustig. Juhu. Checkste? Hörst du? Das ist voll geil. Wieso hab ich dir nicht vorher angelegt? Lurich auf Ass. Ey, Mann, wie kann ich schneller Vögel töten? Ich will mal voll viele Federn haben. Ähm, Vögel... Achso. Ja, dann übe ich mal hier Bogenschiefelden. Das ist unnötig. Unnötig. Ja, ich dachte, üben wäre vielleicht mal was Positives. Ich wollte sagen, hab ich den Bogen noch. 23 Federn. Hab ich hier irgendeinen Speicherpunkt verloren? Wo ist der Bogen? Ist der... Der Bogen ist doch da am Rucksack immer, ne? Oben links. Da ist bei mir der... Der Taucheranzug. Und dahinter ist der Panzer, den... Da, jetzt hab ich den Panzer... Da. Aber warte, dann baue ich das Ding hier neben. Moment. Momentos. Ich hätte das total ver... Da ist ein Vogel gerade durch Sings geflogen. Da sind die Federn. Ach nee, da ist einer. Okay. Ähm. 13 Federn. 13 Zähne. Storage oder... Du brauchst ne Baumharz. Das ne. Rockholder. Das will ich unbedingt. Lass mal sonst... Nein, den sollen wir nicht woanders bauen. Hier ist so langweilig. Oder lass mal ne Höhle. Alter, wir haben hier schon alles aufgebaut. Wieso jetzt nicht mehr? Ja, okay. Aber dann lass den Dorf jetzt gleich. Oder lass den ne Höhle mal. Ja, ja, da müssen wir mal... Ihr war noch da? Nein. Egal, der kommt danach. Ja. Eh. Oder lass so lang noch weiter hier oben. Weiter bauen. Und sammeln. Okay. Ja, ich sammle hier noch... Ich mach's so ein bisschen langsamer. Ey, ich renn hier fast eher rein. Ich so... Wo find ich dieses Schülkrötenpanzerteil? Warum kommt runter? Ja, der kommt runter. Wo find ich dieses Schülkrötenpanzerteil? Ne. Voll leu, was hier für Sachen... Oben links auch. Deerskin. Oben links. Ganz oben links ABC. Feuer. Ne. Ah, da hat er gefunden. Ganz, ganz oben links hinterm Rucksack. Ich stell den hier auf, ne? Hier stell ich den hin. Ach, wo du willst? Da machst du den hin? Was? Dö, 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 dö. Ah, ne. Hä, das sah gerade aus, als wäre das die obere Seite. Hä, der sieht so schräg aus. Guck mal, er. Äh, nee, eh. Eh, da ist eh. Ne, okay, sah so aus. Okay, wir brauchen mehr Stöcke. War da noch irgendwo... Ne, du baust da schon auf, das Haus. Sieht aber schön aus, das Haus. Also, ich würde sagen, das Haus sieht richtig schön aus. Das macht Spaß im Multiplayer, ne? Also, ich hab noch nie... Hier, ich hab noch nie zingel... Hier, ich hab noch still kurz ein Teil dran gebaut. Du hast nur noch Stöcke. Okay, dann kann ich danach das dritte anbauen. Ich hab hier die Stöcke jetzt an das Haus gebaut. Warte mal, ich zieh kurz mit dem Pulli aus meinem Rücken. Was? Ey, dass der Lock immer da bleibt. Und die Vögel fliegen immer auf dem Boden vor mir, wenn ich einen Lock in der Hand halte. Ich glaub, der Lock hier ist ein Verpackt. Der ist eigentlich schon weg oder so. Alter. Kannst du dich einmal damit aufhören? Was ist denn? Das mit den Steinen sieht ja von Weitem episch aus, wenn die so blau angeleuchtet aussehen. Auch geil ist, der Schildkrötenpanzer schwebt da jetzt in der Luft, ne? Ähm, mathematisch gesehen. Mathematisch gesehen? Nicht physikalisch. Physiualisch. Physiualisch. So geht auch, ne? So. Ich glaub, das reicht aus. Für drei Panzer. Ist aber coole, umgesetzte Idee. Früher war das noch ganz anders, das Spiel. Auch wenn ich das Spiel noch nicht hatte. Ich hab's seit zwei Tagen. Heute ist der Dritte, glaub ich. Weißt du, ich sag dir das Lock hier. Weißt du Bescheid. Drei. Ich hab noch nie Singleplayer gespielt. Vier. Sind da Unterschiede? Die ich noch nicht weiß. Nicht wirklich. Okay. Es ist blöd, wenn man nur bis zu wenig Sachen mitnehmen kann. Waren hier noch Locks? Ja, die beiden. Das X und der eine. Den kann ich mitnehmen. Roll mal wieder runter. Was ist mit den Bäumen? Müssten die nicht wieder still in Form? Ja, theoretisch könnten wir die ganzen Bäume vom Spiel weg bei der gesamten Insel weghauen. Ne? Okay, das wird lange dauern, aber es geht, mathematisch gesehen. Jetzt ist er. Hab ich jetzt... Ah, Mann. Der zweite. Schon wieder bin ich hier oben, Alter. Ich warte nicht, wenn ich hier Schaden bekomme. Nur ein kleiner Tipp, ne? Versuch niemals irgendwelche Bugs auszunutzen oder schräg gegen das Baum auszuspringen oder sowas. Hä, was? Achso, der sitzt die ganze Dinger dran, deswegen. Sieht schon geil aus bis jetzt. Sieht fast fertig aus. Hä, ich kann hier mein Dings nicht rausholen, meine veganen Zeug. Ja, das Problem hatten Ivan und ich auch. Da stand E mit den Blättern, da hab ich gerade E gedrückt. Jetzt steht da wieder E. Ich hab nochmal E gedrückt. Wie weg? Und guckst du denn? Nach oben? Ich bin jetzt... Ne, ich hab da drauf geguckt. Aber gerade eben, ne? Da waren... Also noch als du... Bevor du da warst, glaub ich. Da waren, ähm... Bei unserem Feld, äh... Drüben, drüben am, äh... Anderen Ende der Insel. Als wir da gewohnt haben. Und du guckst mich so... Hallo! Alter, meine Rüstung ist weg! Alter, ich... Weiß du Bescheid, lass lass das nicht machen. Lass das hin, ne? So viele Lohis. Ich muss nicht weggehen. Hallo! Alter, guck dir die Sonne an. Das sieht aus wie so eine Sonnenfinsternis. Alter, das sieht aus wie ein Popel. Der Oma sieht aus wie ein Popel. Wenn du das nicht zurücknimmst, ne? Niemals! Du Dudelsack! Nimm das zurück! Ach ja, ich muss den in der Neu-Craft, ich hab keine Stöcke. Oh, guck mal, was ich hier gefunden hab. Was machst du da schon wieder? So, bitte. Für meine Federn, die ich brauche. Fertig. Okay. Hallo. Ich bin... Hallo. Ich bin auch kurz weg, warte, ich geh kurz nach hoch. Ich sag jetzt nicht den Namen von... von deiner Mutter. Ich geh kurz... Du kletterst da so hoch. Ich bin kurz weg, warte. Oh, fällt nur noch ein Lock. Alter, was geht? Ich muss manchmal an Slender denken, wenn ich diese Geräusche... Das erinnert mich auch ein bisschen hier... Die dunkle Grafik, diese Dunkelheit, der Nacht-Effekt. Erinnert mich ein bisschen an Slender Hound. Beziehungsweise Haunted, The Real Slender... Nein, 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 das Spiel. Hab vergessen, wie das Spiel heißt. Aber ich hab's noch nicht Let's Played, Haunted. Also, vielleicht hab ich's inzwischen schon Let's Played oder gestreamt, wenn das Spiel... äh, wenn diese Folge online ist. Vielleicht werd ich's auch nie Let's Playen, wenn die Folge online ist. Also fragt bitte bei Ask.fm. Da könnt ihr mir anonyme Fragen stellen, oder auf Facebook Kommentare schreiben, oder einfach unter dem Video kommentieren. Aber ich... Auf Ask.fm könnt ihr auch noch neben schreiben. Wisst ihr Bescheid? Okay, ich bin echt schlapp. Komm schon, du schaffst es fast. Da ist noch ein bisschen Power drin. Komm schon, den Baum hast du fast hinter dir. Komm schon, lass mich nicht hängen. Komm schon, Alter. Ja, Mann. Du bist der Stärkste. Ich wusste, du hast die Power. Power. B-b-b-b-a-ware. Ja! Scheiß auf den einen Lock. Schade, du. Schade. Wieso laufe ich eigentlich, wenn ich keine Power mehr hab? Und ich wollte eigentlich den Bogen ausprobieren. Ah, ne, ich hab den ja nicht gecrafted. Hab ich jetzt Essen mit... Äh, Essen. Äste mitgenommen. Ihr wisst Bescheid, Sto-Shower. Ich find's geil, dass wir schon so weit gekommen sind. Wieso steht da jetzt der 0 von 30? Drop. Was fehlt da jetzt wirklich noch? Nur von 30 ist klar. Deine Oma. Junge. Ich kann nicht... Das ist der größte Bug. Ich glaub, ich hab den Bug schon mal in einer Folge in einem Video gesehen. Ey, ich bin mir aber unsicher. Muss der Lucky gucken. Vielleicht hat der den Bug nicht. Na, guck, eh. Ich seh's zwar nicht, aber... Schlecht sieht's nicht aus. Es sieht fast fertig aus. Ich weiß nicht, was fehlen könnte. Ich wollte eigentlich mindestens... ...drei, vier noch behalten für Pfeile. Ich hab vergessen, wie ich den Bogen crafte. Wo seid ihr jetzt alle? Ivan, Lucky. Ja, ähm, ich geh jetzt... ...Bäume fällen. Lass mich nicht allein moderieren. Bitte. Ich wollte trinken. Wie man alles in dem Spiel vergisst, was man macht. Alles. Lass mich raten, das Trinken funktioniert schon wieder nicht. Hä, da war doch gar ein Vogel. Hä? Fail. Nein, ich meine, der Atem, der hat mich am meisten daran erinnert an Slender. Kein Witz. Wenn er aus der Pust ist, dann ist der Atem eins, was mich am meisten daran inspiriert. Oh, ich hab ein Trinkgeräusch gehört. Vielleicht hilft das wirklich. Ich meine, vielleicht brauch ich nicht mehr. Ich find diese Wassereffekte aber auch... Auch wenn es nicht so, äh, physikalisch ganz genauso aussieht, wie es sein soll. Sieht's nicht schlecht aus, oh. Warte. Okay. Ähm, dass du das da als Feuer... Guck, es hat gerade aufgehört zu regnen. Setzst du das rein? Jetzt. C. Genau, ich vergesse das immer. Ich denke mal, eh, ich drücke E. Na, geht doch. Ich glaub, nächster Fall... Nein, ich will's jetzt nicht sagen. Nächster Fall geht, wir auf Blädenfalle in der Höhle. Ich wär jetzt gerne mit Lucky Fahre. Wir kommen dazu noch. Die... Das Baumhaus ist eigentlich... Aha. Das Baumhaus ist eigentlich richtig geil, da kann man sich gut verschanzen, wenn die kommen. Die ich die ganze Zeit auch gar nicht gesehen hab, wo sind die eigentlich? Die U-Reinbohder. Hast du die gesehen, Lucky? Ah, ich bin wieder voll, okay. So, ich hatte ich bisher kein... Hier sind aber kaum Lurchen, ich seh keine mehr. Also nicht an diesem Teil... Abteil. Ne, also wir müssen ganz viele Sticks noch sammeln. Da ist einer. Da sind aber welche drin, Alter. Wieso... Wieso ich mir das Problem auch machen, Alter. Wieso... Steht da E. Mit C nehm ich mir, achso. Er hat sich eingenommen. Hä, wieso kann ich die nicht nehmen? Mit E? Mit E nehm ich die. Der nimmt die nicht. Ich will die nur nehmen. Der nimmt die nicht. Da ist doch gar keiner drin. Oh, wird das scheiß Teil hier rechts gebaut. Dann ist das wieder verpackt, oder wie? Wird das scheiß Teil hier rechts gebaut? Ich? Für Steine? Viel zu nah. Ist doch egal. Ich wollte es nicht so nah rechts an diesem Teil da unbauen. Hey, das Teil ist doch rausgenommen, das Teil. Welches Teil? Da ist jetzt kein Stock mehr drin. Ja, bei mir ist das verbuggt. Bei mir sind auch alle Stocke drin. Die liegt wahrscheinlich daran, dass ich einmal kurz rausgeflogen war. Wahrscheinlich deshalb. Wo sind denn jetzt wieder die Loks, die ich gefällt hab? Natürlich wieder alle im Wasser wetten. Da unten sehe ich einen Schatten. Vielleicht ist da einer. Einer ist ja sowieso da reingef... Oh, guck mal, ein angefangener Baum. Vor allem ganz nah am Wasser. Sehr sinnvoll, hier zu fällen. Richtig gesundheitlich... Oh, nicht gesundheitlich. Gesundheitlich. Sportlich. Aktiv. Er fällt genau in... Okay, doch nicht. Der da hinten wird aufgehalten. Und der da ganz hinten... Ich weiß nicht. Hier kommt der Mann. Der Meister. Wir brauchen gar... Ist das nicht... Was ist das? Baum. Baum, ja. Hä, aber ich brauchte den nicht mehr, ne? Ich wollte das eigentlich... Na, ne, da hinten kann man das mal verwenden, genau. Okay, 5 von 8. Ich check's nicht, aber okay. Sieht eigentlich fertig aus. Sieht eigentlich... Hä, da sind Snacks dran. Ey, da spielt es bei mir verbuggt. Da sind doch Snacks dran. Ich check's nicht. Warum denn verschwinden die Locks? Hier sind noch die Sticks bei mir dran. Oder ich kann sie nicht nehmen. Hä? Der Server laggt bei mir, ey. Ja, ist ehrlich so. Bei mir fehlen die noch irgendwie und da sind Snacks drin. Ja. Ja, aber genau das Problem hatte ich auch gerade, weißt du? Ich hab extra ran getan, gerade eben. Dann check ich, dass da Snacks drin sind und denke, hä? Und ich hab's fertig gebaut. Ah, wir brauchen jetzt keine mehr. Wir brauchen Sticks. Muss die ganze Zeit rausgehen für so ein paar Sticks. Ja, aber das ist das Blöde, weißt du? Ich hab meinen Bogen eigentlich schon gecraftet, aber das ist das Problem jetzt. Bevor ich gleich wieder welche da anbaue. Wie crafte ich nochmal den Bogen? Stoff, Seil und Stock. Achso, das Seil, genau. Wie gut, dass ich eins hatte. So, Feder, ne? Feder, 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 Stock. Ah, ne, noch eine Feder, ne? So, gecraftet. Stock. Okay, paar Bäume fällen, damit ich Harz bekomme. Okay. Hä, bei mir war dieses Precept, also, das ist doch Harz, ne? Ich, ich tu das gar nicht bei den, äh, Pfeilen rein, wenn ich das verwende. Äh, nicht bei den Pfeilen, bei den Waffen, wenn du die upgraden willst. Achso, dann habe ich das genau. Ich, ich kam grad total durcheinander. Ach, das, das wird dann verwendet als Klebstoff, ne? Ja. Genau, so ist es. Das mit den 10 muss ich auch mal ausprobieren. Okay. Da ist der 4. Da ist der 5. Erster Zahn, zweiter Zahn, dritter, vierter, fünfter. Der ist aber auch nicht super stark aus, passt da noch was drauf? Da passt noch mehr drauf, da passt noch mehr Zähne. Da passt noch mehr Zähne. Easy, Alter. Wie unrealistisch, aber, okay, 1 Zahn habe ich noch. Voll geil, Alter, ich habe richtig equipped jetzt meine Waffe. Hoffentlich mache ich jetzt One-Hits. Mach Hälfte, Hälfte, so. Hälfte Zahn, Hälfte Feder, damit der Schnelligkeit unschuldings hat. Ich habe einfach alles draufgetan, ich habe alle meine Zähne draufgetan, die ich hatte, und Federn. Habe ich 5 draufgetan. Gehen auch noch mehr Federn, oder? Dann hast du mehr Damage als Geschwindigkeit. Ja, das ist mathematisch korrekt. Wieso sage ich mal mathematisch, ich weiß es nicht, tut mir leid. Ich wollte speichern, wir haben... Ach ja, ich muss im Haus hoch, ich vergesse das immer. Okay. Voll cool, ey. Bisher hat uns noch niemand besucht, Alter. Ich, bei den Let's Plays, die ich hier mal geguckt habe, war immer irgendwo... Immer. Hat Ivan irgendwie Easy einstellen können, oder? Glaub ich auch irgendwie. Jaja, ne, weil nichts passiert mehr. Herr, speichere ich nicht mit C? Mhm. Wie geht, äh, ist nichts passiert... Ah, jetzt, okay. Ich dachte schon, ich fliege da raus. Steht da auch im Chat, dass ich gesperrt... Nee. Aber das steht gleich im Chat. Oh, ich hab das ja nicht zählt. Siehst du das? Okay, soll bei nächster Folge dann, ähm, noch ein bisschen rausgehen? Wo raus? Ja, ein bisschen unten, äh, draußen, wie auch umsehen. Ach, ist das Ding fertig? Ach, hey, bei mir wird hier noch was angezeigt. Ey, so ist das verbuggter Scheiß, ey. Das ist fertig. Das ist fertig. Sonst würde ich hier rausgehen können. Voll cool, ey. Stell dir vor, wir könnten ja eigentlich gut, äh, so... Typen einfangen, wenn wir hier noch so ein Zauntor oder sowas platzieren könnten. Aber als Dekoration ist es viel besser, ja. Vor allem, weil wir hier kaum noch was anderes haben, als nur dieses Teil jetzt hier entstehend. Oh, guck mal, hier sind Blumen gewachsen. Was kann man damit machen? Sag mir jetzt bitte nicht, damit kann man Blätter, ähm, sammeln, weil, ähm, da kriegst du tausendmal mehr. Ja, seid ihr da? Ja, mit diesem Gartenteil? Ja. Nein, damit kannst du unten links, so, ähm, Teile, damit du, ähm, die kannst du dann craften zusammen, dann kriegst du da Essen, Energie raus, so. Ah. Sowas wie dein eigener Ernährungsteil da. Ah, ich seh's gerade, der macht das. Hä, du schießt gar nicht vor diesem Garten. Ne, nicht mehr, ich bin gerade am Lagerfeuer. Kann gar nichts rausnehmen aus diesem Garten. Also ich kann die Pfeile danach wieder aufsammeln, wenn ich ein bisschen ausprobiere. Ja, außer wenn du daneben schießt, dann ist es ein bisschen schlecht, ne? Ich will wieder wie in Minecraft links klicken, muss man machen. Ich erinnere mich noch an der Schule, in der Schule, als ich da... Hä? Hä? Wie, was, muss ich zwei, rechtsklick drücken? Was muss man drücken, damit das schießen? Los was ist? Ja, ich kann doch... Hä, ich lass los und dann... Oh. Nein, der ist ins Meer geflogen! Äh, scheiße! Alter, ich hab einfach ans Ziel vergessen. Mist, Alter, wieso baust du das Ding auch genau gegenüber vom Meer auf? War ich nicht. Du Wichser, Alter. Ivan. Ivan, Alter, ich hol mir dir jetzt zurück. Ich hol mir dir jetzt zurück. Ja, klar, ich bin unter Wasser und hole Vögel zustande. Ich sterbe! Nein, ich sterbe! Nein! Boah, Alter! Hä, wie bist du so schnell nach oben geschwommen? Schrift? Weiß jetzt nicht, ob das da... Alter, du siehst du auch... Du wirst es nicht mal ansehen, Alter! Alter, wie du aussiehst! Du siehst aus wie eine Erbse. Alter, ich hab einfach... Hab ich den Vogel getroffen? Das ist so aus wie eine Erbse. Scheiß drauf, ich hab mir gerade neue Federn. Alter! Ich hab ein paar Federn aufgesammelt, da ist noch eine. Ja, also es ist wieder easy, habt ihr wieder zurück, von daher. Wir müssen... Ob die Federn da... Ich wollte es gerade machen! Ob die Federn da hängen bleiben dann? Ja. Sicher? Äh, die Federn, die Pfeile. Pfeile. Nein, 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 nicht das! Ja, ich mein, der Pfeile ist durch die Markierung durchgeflohen. Was stimmt mit dem Spiel nicht? Hier ist der Endscreen. Ähm, ich leite ihn hier. Ähm, ja, ich wollte den Look überraschen. Der Endscreen ist jetzt da. Weil, ähm, die Folge ist zu Ende. Ich wollte schon eigentlich früher abbrechen, aber ein bisschen kann man ja auch dazu setzen. Der Ivan ist länger jetzt schon weg, ne? Ja, ist, ähm, schön, wie ich sag mal, hier gerade nochmal Federn und Steine. Ist lustig. Ähm, und was machen wir da nächste Folge? Hm, weiß da schon einer Bescheid, was er da machen soll. Also, ich hab ne Idee. Dann sehen wir uns da auch wieder. Wir können ja... Wir können ja Hühlen erforschen. Oder wir können die Folge darauf Hühlen erforschen. Oder wir lügen euch einfach an und erforschen Hühlen vielleicht nur an Folgen erst. Also, macht's gut, ne? Tschüss. Sonst noch irgendwas zu sagen, nein? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Untertitelung des ZDF, 2020